Hi Leute, ich bin's wieder Katulka und neben Katja haben wir heute einen richtig guten Special Guest, den lieben Falko. Hey Leute, ich freue mich hier zu sein. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und ihr könnt alles, was wir jetzt tanzen, auch nachtanzen. Und unter dem Hashtag move2kadi auf Instagram und auf TikTok hochladen. Okay, dann los geht's. Als erstes gehe ich zur Seite, tappe mit dem Fuß und zeige Mani mit meiner Hand. Dann zur anderen Seite Mani. Jetzt kommt der Millirock. Ich hole einmal aus und schmalz. Ausholen, schmalz. Jetzt gehe ich mit meinem Vorderfuß nach vorne und rück. Vor und rück. Jetzt kommt der Shoot Dance. Ich kicke nach vorne, dabei habe ich meinen Arm gestreckt. Jetzt zweimal gebeugt. Und als letztes schmeiße ich das alles hin. Das Ganze machen wir gesprungen. Das heißt, ich springe, springe, hey, hey und schmeiß. Sehr gut. Jetzt machen wir das Ganze etwas schneller mit Zählzeiten. Wir gehen und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ohne eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, eins. Ja. Also mir hat das mega Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich hoffe, euch hat das auch so gefallen wie mir. Ja, lernt doch die Kurio auch und dann postet es unter dem Hashtag MovetoCardio. Und wie immer die coolsten Beiträge kommen in unser Reaction-Video. So, und wenn ihr noch eine andere Kurio von uns lernen wollt, dann klickt doch einfach hier hin. Und wenn ihr noch ein Video von Funk-Netzwerk sehen wollt, fünf Tage mit fünf Euro überleben, klickt hier. Und abonnieren nicht vergessen. Gruu! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk